Das passt nicht zu Ihrer Ideologie. Sie selbst, Frau Roth, haben Ihren Antrag völlig wertlos gemacht, indem Sie sich im Iran diesen Strukturen unterworfen haben. Anstatt die Mut anstopfen. Entschuldigung, ich werde nachher darauf eingehen. Stoppen Sie die Zahl, jetzt werde ich strukturell benachteiligt als Mann. Also, bitte, Ihre Einwürfe. So, Herr Bistron, ich versuche hier die Sitzung zu leiten. Ich bitte Sie, ich bitte, wenden Sie sich an die Kolleginnen und Kollegen. Und ich werde dann gegebenenfalls auf Ihre Geschichten antworten. Frau Roth, es gibt hier schon Diskussionen im Hause, dass Sie der Rolle als Vizepräsidentin nicht gewachsen sind. Sie bestätigen das jetzt noch Thema. So.